Schönen guten Morgen. Eine aufregende Handelswoche steht uns bevor. Viele amerikanische Schwergewichte, gerade aus dem Technologie-Segment, werden in der laufenden Woche ihre Zahlen melden und damit dann vermutlich auch die Richtung für die Märkte vorgeben. Sie sehen, es ist weiterhin stillrute See, was den Dow Jones betrifft. Stabile Seitenlage. Wir nähern uns langsam dem langfristigen Trend an, aber noch ist nichts passiert. Bei 18.150 Zählern, wie gesagt, ist es momentan ein bisschen Wassertreten angesagt. Die Investoren verlangen nach neuen Impulsen. Die könnte es diese Woche dann, wie gesagt, auch geben. Und dann müssen wir uns den weiteren Verlauf ganz einfach anschauen. Das wichtigste Thema am Wochenende war natürlich die Ankündigung von AT&T, Time Warner, den Medienkonzern, kaufen zu wollen. Mit 85 Milliarden Dollar wird der Deal bewertet. Das wäre das, was AT&T bereit ist, für Time Warner zu zahlen. Und wenn er zustande kommt, wäre es der größte im laufenden Jahr. Die Frage natürlich, ob er zustande kommt, steht freilich auf einem ganz anderen Papier. Denn aus der amerikanischen Politik kommt bereits Widerstand. Da haben sich zahlreiche Vertreter gemeldet, die sagen, oh, das werden wir uns genau anschauen. Wir sind für Wettbewerb, gerade auch was Medien betrifft. Und eine weitere Konzentration auf dann AT&T. Das sehen wir doch sehr, sehr kritisch. Also der Deal ist auf jeden Fall noch nicht durch. Und da könnte es noch richtig, richtig wackeln. Die Reaktion heute dürfte auf jeden Fall zu Lasten AT&T gehen. Also wenn der Markt aufmacht, dann ist damit zu rechnen, dass die Aktie erstmal deutlich unter Druck gerät. Der Telekom-Riese hat 120 Milliarden Dollar an Schulden, muss hierfür also sich irgendwo neues Kapital besorgen. Auf der anderen Seite, es ist ein Cashflow-Monster. Anders kann man es gar nicht sagen. Also Experten sagen, es wird schon Möglichkeiten geben, diesen Deal abzuwickeln für diesen Riesen. Aber es geht erstmal darum, dass er überhaupt genehmigt wird. Also hier sieht es wirklich nicht mehr ganz so gut aus. Da sollte man vielleicht sogar erwägen, eine kleinere Short-Position zu eröffnen, um hier vielleicht ein, zwei Tage Kursschwankung ausnutzen zu können. Aber auch hier müssen wir warten, wie sich der Tag weiterentwickelt. Amazon wird in der laufenden Woche Quartalszahlen vorlegen. Und was den Aktionär betrifft, sind wir absolut überzeugt, dass es ein wirklich, wirklich sehr gutes Quartal werden wird. Der Fokus liegt natürlich weiterhin auf dem Cloud-Geschäft, das ja mittlerweile 50% des operativen Gewinns beisteuert bei Amazon. Und natürlich auch immer so im Hintergrund so ein bisschen die Fantasie, dass Amazon vielleicht ABS, also diese Cloud-Sparte, irgendwann abspalten könnte und eigenständig an die Börse bringen könnte. Aber da muss man sicherlich noch ein bisschen warten. Also hier geht es auch darum, neue Impulse, damit neue Hochs generiert werden können. Aber die Vorzeichen stehen tatsächlich nicht schlecht. Bei Apple werden ebenfalls Zahlen angemeldet, gemeldet werden. Und hier geht es darum, wie hat sich das iPhone 7 geschlagen im vergangenen Quartal? Auf der einen Seite natürlich das Samsung-Desaster, das die Verkaufszahlen doch deutlich positiv beeinflussen sollte. Experten rechnen ja damit, dass Apple unter Umständen einen Prozentpunkt Marktanteil hat hinzugewinnen können. Das wären etwa 10, 15 Millionen iPhones, die mehr verkauft werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch widersprüchliche Aussagen, beispielsweise aus dem chinesischen Markt. Da heißt es, die Nachfrage sei gar nicht so hoch, wie es immer behauptet wird, wie immer in den Medien steht. Und da könnte Apple vielleicht doch den einen oder anderen Minuspunkt sammeln. Also, aber hier sieht es sehr gut aus, was den Chart betrifft. Sie sehen, es ist jetzt nicht ganz sauber geworden, die Treppe aber. Anstieg, Konsolidierung, Anstieg, Konsolidierung. Wenn die Zahlen stimmen und davon ist auszugehen, dass die Zahlen doch sehr gut werden für das dritte Quartal, eben auch durch Samsung beeinflusst, dann dürfte es hier ebenfalls mit der Aktie weiter nach oben gehen. Kommen wir zum DAX. Der hat sich in der vergangenen Woche doch überraschend stabil gehalten. Hat sich tatsächlich jetzt so langsam dieser Marke von 10.800 Zählern angenähert. Und Sie wissen, wir reden ja schon seit Wochen drüber. Da muss es erstmal drüber gehen, damit wir hier neue Luft bekommen, eine zweite Luft bekommen, damit wir dann hier vielleicht auch tatsächlich bei einem Bereich wieder 11.000 Punkte vordringen können. Übrigens in der vergangenen Woche die besten Werte waren die Lufthansa nach den doch überraschend guten Zahlen und dem Ausblick für 2016. Dazu kamen natürlich die Banken und es kam dann auch SAP dazu. Zuerst zur deutschen Lufthansa, ich habe es gerade schon angesprochen, die überraschend guten Zahlen, das überraschend gute Ergebnis. Auf der anderen Seite, es waren gute Zahlen und sofort hinterher geschoben, dass die Billigtochter Euro Wings, dass bei der Billigtochter die Flugbegleiter streiten wollen. Aber das hat hier der guten Laune, will ich es mal so nennen, zumindest kurzfristig keinen Abbruch getan. Was wir natürlich mittlerweile sehen, der langfristige Trend ist abwärts gerichtet. Das heißt, wir könnten jetzt zunächst einmal in diese Richtung 12 Euro laufen. Bis dahin wäre charttechnisch nicht großartig, was passiert. Es wäre immer noch ein insgesamt negatives Bild. Mit dem Sprung darüber würde sich die ganze Sache allerdings auffällen. Aber meine Meinung ist, es gibt sicherlich bessere Werte im DAX und einer dieser besseren Werte ist SAP. Da waren die Zahlen auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so prickelnd. Vor allen Dingen das Wachstum im Cloud-Geschäft hatte zunächst einmal für Unsicherungen unter den Anlegern gesorgt. Nichtsdestotrotz sind die dann im Handelsverlauf doch wieder aufgetaut, haben die schwächeren Kurse genutzt, um wieder einzusteigen und haben die Aktie kräftig nach oben getrieben. Hier geht es jetzt um diese 82,57, die geknackt werden muss, damit wir bei der SAP ein neues Rekordhoch sehen werden. So und Eichstron, das sieht aus, als wenn es heute Morgen zunächst einmal runtergeht. Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Übernahme durch die Chinesen widerrufen. Das heißt, das Ganze muss erneut geprüft werden. Damit liegt der Kurs mittlerweile um etwa 10 Prozent unterhalb des offiziellen Übernahmekurses. Da muss man jetzt schauen, wenn man investiert ist, sollte man vielleicht tatsächlich mal einen Teil der Position glattstellen, falls der Deal doch noch platzen sollte. Nichtsdestotrotz sehr wagemutige Anleger können natürlich auch versuchen, hier nochmal zu günstigeren Kursen reinzukommen. Die sagen, okay, das ist alles nur hier Töpfe schlagen und am Ende wird der Deal durchgehen, wie es geplant worden war. Das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Mit näheren Informationen, vor allen Dingen zu den Quartalszahlen, die ja jetzt anstehen an der Wall Street, melde ich mich dann am Nachmittag wieder. Bis dahin.